So, jetzt geht es hier weiter, Teil 2. Rechts, wie gesagt, Waldernbach, oder Waldernbach, hörte ich jetzt von der Einheimischen. Die sagte das so. Und wir fahren aber jetzt links Richtung Herborn und Mengerskirchen, so wie der Wolfi, glaube ich, dann auch zur Arbeit fährt. So, da oben, in diesem Wäldchen, dahinter quasi, ist dann unser Wochenendgebiet. Hier ist auch nochmal eine Haltestelle, eine Bushaltestelle. Hier ist jetzt der Damm, wo man auch nochmal den See sieht und wo gleich dann auch nochmal das Ferienhäuschen zu sehen ist. Ja, jetzt kann man auch gleich nochmal wunderschön sehen. Hier, geradeaus. Da oben sind auch die Häuser nochmal zu sehen. Und der Platz, wo wir dann wohnen. Auf Wiedersehen und ja, im Westerwald. Da oben in die Hauksромbabtechnisch. Da oben in die Hauksром Legendublique. Da oben in die Hauerמים, wo wir dann noch alle Fähние haben. Da oben in die Hauks? Da oben in die Hauks DESDE.